Und da sind wir wieder zurück, nach der Winterpause ist vor der Rückrunde und ja, es ist ein bisschen was passiert, wir haben ein bisschen was aufzuholen, herzlich willkommen meine lieben Freunde, dass ihr wieder da seid und zwar, wir haben ja unsere zwei Testspiele gehabt, die zwei Testspiele waren eher, sag ich mal, dafür, dass man die Spielpraxis ein bisschen aufrechterhält, waren jetzt nicht unbedingt große Tests, weil mit den Tests geht es jetzt gar nicht in der Liga weiter, wir haben jetzt Leipzig, dann haben wir Leverkusen, da haben wir genug zu tun. Also, zwei relativ einfache Gegner, einer aus Slowenien glaube ich und einer hier TUS Sachsenhausen, beide 10-0 weggehauen, aber wir haben ein paar Freunde oder fröhliche Erkenntnisse, Ibra einfach mal kurz im ersten Testspiel Headtrick gemacht, danach ausgewechselt worden, ne, er wurde eingewechselt, stimmt, hat danach den Headtrick gemacht, ja, klasse, Platte und William zusammen, fünf Vorlagen, drei für Plattenhardt, zwei für William, auch die Ausbeteiliger überzeugt und Mecca, das ist für mich ganz wichtig, mit dem Doppelpack, der hat nämlich wieder alles zerschossen, im zweiten Testspiel dann innerhalb von sieben Minuten vier Tore gemacht, insgesamt waren es dann fünf, auch da wieder Plattenhardt mit drei Vorlagen, also, der eine oder andere Spieler hat das schon für sich genutzt Und wir haben natürlich auch versucht, diese Pause ein bisschen zu nutzen, sehr, sehr viel Offensive trainiert, ja, also in den Testspielen hat es geklappt, hoffen wir, dass es in der Liga auch klappt, jetzt haben wir ja natürlich direkt den Tabellenführer als Härtetest quasi Und, äh, müssen wir mal schauen, ob das dann da was gebracht hat, äh, Altai fällt leider aus, ist krank, hat die, hat die Grippe, das ist jetzt natürlich nicht so geil ausgerechnet gegen Leipzig Aber, ja, da kommt es uns vielleicht ganz zugute, dass wir auch mit Fünferkette spielen Ich habe lange überlegt, sollen wir es wie im Hinspiel machen Da lief es ja 80 Minuten ganz gut mit dem 4-2, äh, beziehungsweise mit dem 4-3-3 Habe dann aber gesagt, okay, mit Fünferkette, äh, ist das vielleicht ein bisschen sicherer, so wie quasi, ähm, gegen den BVB auch Gucken wir mal, wie das läuft am Ende Was auch noch interessant ist, Simakon wechselt zu den Bayern, von Leipzig nach München gewechselt Ich glaube, die Menschen sind da schon sehr bedacht darauf, den Konkurrent nochmal ein bisschen zu schwächen Im Sommer war es Timo Werner, jetzt ist es Simakon und trotzdem steht Leipzig nach oben Mal schauen, wie das dann in der Rückrunde weitergeht Und auch wir haben schon mal ein Transfer festgemacht für den Sommer Da Vinz und Sanchez von Tottenham Ja, mit zwar viel Geld, wir zahlen ihm viel Gehalt, ja, er kommt ablösefrei Aber er wollte unbedingt zu uns Er wollte unbedingt zu uns, ist ein bisschen, sag ich mal, Fußballerisch nochmal ein Tick besser als Omar Alderitte Und ich kann mir die beiden sehr, sehr gut zusammen vorstellen Omar als Ausputzer, äh, der aber auch kicken kann Und Da Vinz und Sanchez als spielenden IV, der aber auch sehr gut verteidigen kann, ne Ich glaube, mit 15 Tackling braucht man da nicht zu überreden Da ist halt nur Omar nochmal ein Tick besser mit seinen 16 Aber ich glaube, das könnte ein ganz gutes Duo werden, wenn wir da Omar den Winter überhalten Äh, beziehungsweise den Sommer überhalten So, für die neue Saison dann Ähm, ja, jetzt liegt der Fokus aber natürlich erstmal auf der Saison Mit dem Vorschlag verstehe ich mich auch ganz gut Der hat sogar meine Anfrage auf neue Mitarbeiter Und wir haben aktuell, glaube ich, 16 im Trainerstart Hat er uns einfach mal 20 gegeben, ne Da sage ich nicht nein als Trainer Muss ich jetzt mal gucken, wo ich die Leute her finde, ne Aber, gut Wir haben jetzt 20 Trainer im Trainerteam Da sieht man auch, wie in Berlin gearbeitet wird Quantität vor Qualität Aber gut Gehen wir rein ins Spiel, oder? Gegen Leipzig Wir sehen uns gleich, Freunde Und so gehen wir ins Spiel Gegen den Tabellenführer Mit Jörg Ernst im Tor Der kriegt sein Bundesliga-Debüt gleich mal gegen RB Leipzig Auch nicht schlecht Kann, glaube ich, auch nicht jeder von sich behaupten Er wird wahrscheinlich aber nur ein Spiel Ich hoffe, dass Adelte dann am Mittwoch wieder fit ist Gegen Leverkusen, werden wir sehen In der EV mit Alderete, Urebovic, Gechter Gechter auch eine super Vorbereitung Mit zwei, zwei, zwei Spiele Aber sehr, sehr gut gespielt Castillo vielleicht ein Tick offensiver Hat da ein bisschen weniger Defensive Arbeiten Vielleicht gefällt ihm das auch ganz gut Björkern links sowieso klar Dartei auf der 6 Tuzar als Verbindungsstück zwischen Abwehr und Offensive Und vornherein Luque Bakio Der ebenfalls zwei sehr gute Spiele gemacht hat Zlatan Ibrahimovic, der im Moment überzeugt Und jeder soll einfach für ein bisschen Tempo Könnte ich mir vorstellen, dass das ganz gut läuft Wir werden auch Klostermann und Bamba Ein bisschen näher attackieren Weil wir das Gefühl haben, dass das vielleicht zwei Schwachstellen sind Im Leipziger Spiel Wittin ja daneben dran, der kommt vom PSG Der davor aus Portugal Also das ist ein klasse Typ Den brauchen wir da nicht groß angehen Der wird den Ball eh nicht verlieren Und ja, vorne drin geht es um einen Kunku und Olmo Bei dem wir wirklich das volle Programm gehen Die dürfen gar nichts machen Zeschko braucht die Bälle Der kann die nicht alleine verarbeiten Und der Scho Braschalei Ja, wir können halt jetzt nicht drei oder vier Spieler Da komplett in Mannendeckung nehmen Ich glaube mit einem Kunku und Olmo Haben wir den größten Übel mal Im Griff, sofern das funktioniert Ähm, Olmo im Moment Top Scorer Also Top Torschütze Plus Top Assist und Top Scorer bei Leipzig Also wenn was über die Offensive geht Dann über ihn Und ein Kunku, ja, vor dem habe ich einfach persönlich immer Respekt Das ist der Gedanke dahinter Ich würde sagen Ja, eine Chance, weiß ich jetzt nicht Aber vielleicht eine Überraschung Okay Wie zufrieden sind Sie mit der jüngsten Leistung der Mannschaft vor dem Tor? Ja, wir haben jetzt zweimal getroffen Tore schießen macht auch Spaß Und Änderung des Spielstils Das Glück zurück Nee, es geht tatsächlich eher nur, dass wir defensiv besser stehen Ähm Ja So Das war trotzdem auf die Form bezogen Ist aber ja letztendlich egal Das ist die Aufstellung Mit der Fünferkette Gehen wir rein Und die Leipziger Ja, wie wir es kennen Im 4-2-3-1 Mit Bamba Vitinha Und dann purer Offensiver Geballter Power Die die Liga zerschießt Bisher, da sieht man es auch nochmal Ja Und Leverkusen Ist da jetzt oben auch mit dabei Gegen die haben wir zwar in der Hinrunde gewonnen Aber ich glaube, das Rückrundspiel Wird nicht so schön Mal gucken, ob wir zu Hause Gegen Leipzig was machen können Und ich habe eine Sache vergessen Das war noch von den Testspielen drin Freunde, wir wollen natürlich hier ein bisschen mehr sehen Das ist glaube ich klar Da geht es euch wie mir Also rein geht es Aktuelle Spielstände sehen wir Testspiele Das ist wunderschön Ich würde lieber die Bundesliga dabei sehen Na gut Werden wir gerade nicht auswählen Leipzig Witz hinten raus Vitinha schon mit Gelb Das ist ganz gut für uns Also eine Gelb-Rote Karte Bei dem Gegner Würde ich auch mal ganz gerne sehen Da sind ja wir Eher der Kandidat für Ich glaube, dass wir Thuzar Sogar nach hinten ziehen müssen Dass der in Kung-Ku deckt Da müssen wir aufpassen Bestimmt ein Spieler decken Christopher Ein Kung-Ku Und genauso Geht Björkern Auf Olmo Dass wir die zwei wenigstens Aus dem Spiel genommen haben So, wir haben auch schon einen Torschuss Ne, einen Schuss Mit 0,00 XG Das heißt, das war dann quasi so Ähm Ja, wie in der NBA Ne Ein Busterbieter nochmal Von der Mittellinie Vom Logo Ja, nicht mal vom Logo Teilweise aus der eigenen Hälfte noch So ungefähr stelle ich mir Den Schuss vor Von Kung-Ku mit der ersten großen Chance Und Tiago Ernst Mit der ersten großen Parade Sehr schön, Junge Ecke für die Leipziger Die könnte gefährlich werden Aber Tiago Ernst Der macht da einen Riesenjob Der weiß, das ist sein Spiel Sich hier zu beweisen Als Torwart Kriegt man ja nicht so viele Möglichkeiten Und das könnte heute eben Seine Möglichkeit sein Und das möchte er dann eben auch nutzen Bremo mit Schlanger Ball Aber Ibra kann ihn zum Glück festmachen Daday schön raus auf Luke Bakio Jörg Kahn Zlatan 1-0 Wir führen gegen Leipzig Let's go Ich Zlatan ist so eine Maschine Gott sei Dank haben wir die geholt Vielleicht verlängern wir den Vertrag sogar nochmal Aber ich glaube für nächstes Jahr Mit 43 Weiß man nicht Aber vielleicht als Backup Wenn er nicht so viel will Aber das lassen wir noch Das entscheiden wir Gegen Ende der Saison Ob die Romantik mit ihm weiter geht Trotzdem sehr, sehr geiler Typ Ein Weltstar für Berlin Für den Big City Club Oh und jetzt hat er was abbekommen Wurde da umgetreten Klar da ist er natürlich Leipziger versuchen es natürlich auch Mit allen Mitteln Gegen ihn zu kämpfen Mich bin trotzdem hinten raus Das gefällt mir Tja, ich bin ernst Uh, riskanter Ball Uremovic macht es dann lieber Sicher Aber Zlatan gewinnt halt die Kopfballduelle Da vorne drin Das ist halt so, so wichtig Na gut, den kann er dann nicht gewinnen Da ist Guardiola dann ein Tick schneller als er Und das ist eben auch die Waffe Wo man mit Zlatan hat Wenn halt ein langer Ball kommt Dann landet er auch bei ihm Und das ist schön gespielt Und gut geblockt nochmal von Castillo Sehr, sehr schön Mit Dinja Gut aufgepasst von Tjaak Ernst Der mir hier richtig gut gefällt bisher Nicht, dass er nach dem Spiel jetzt sagt Oh, er möchte Stammbraft werden oder wechseln Gutes Tackling von Luque Bakio Arbeite da gut mit nach hinten Und jetzt ist Klostermann da aus Mit ganz viel Platz Irgend die Flanke Zesko an die Latte Aber wir kriegen ihn geklärt Und Luque Bakio statt Klostermann nochmal Sehr, sehr gut Jeder muss hier mitackern, dass wir was holen Und bei Zlatan wird es Glaube ich nicht über die Halbzeit hinausgehen Wir versuchen natürlich So lang wie möglich Ihn auf dem Feld zu halten Dass man da eben diese langen Bälle gewinnt Aber klar Auch angeschlagen Wird er da jetzt nicht für jeden holen Haben sie gut gemacht, die Leipziger Unsere Stärke ausgeguckt quasi Wenn die Frage Bringt man Mekka rein Zieht man Luque Bakio vor Den Ball führten Kunku Und wieder Tjaak Ernst Und jetzt muss ich mal ganz kurz Mir die Leipziger angucken Kunku jetzt auf dem linken Flügel Okay, haben das hier geändert Das heißt Tuzar Der lässt sich ja dann immer rausziehen Das heißt dann kümmert sich da Castillo Er enger drum Ne Um Kunku So Haben sie Ja die Leipziger Also die machen das nicht schlecht Wer ist denn gerade Coach bei denen? Wer ist denn gerade Leipzig Coach? Ja Immer noch Marco Rose Okay Nimmt man gar nicht an Bei so einem Rose Aber mit Leipzig scheint es zu funktionieren Ja gut Wir führen 1-0 Klar Leipzig die bessere Mannschaft Logisch Aber hinten stehen wir ganz gut Jeder Sauer hat seine Probleme Auch Luque Bakio kommt noch nicht so ins Spiel Ich will trotzdem sagen Ich bin sehr zufrieden Ähm Zlatan Bruder Halt durch Solange es geht Ja Wir holen dich irgendwann Irgendwann raus Und wenn du Wenn du da vorne noch ein bisschen rumkriegst Und nur noch zu einem Kopfball Und diese Zweikämpfe gewinnt Genau Junge Sehr sehr stark Zlatan mit einer riesen Partie Am Ende seiner Kräfte Saul ist jetzt dann eher ein Kandidat Den man vielleicht rausholt Uremovic Wieder langer Ball Wieder Legen wir hin Das ist halt das Problem Mit dem Bruder Der trifft halt manchmal nicht so gut Im Zeitraum Schobosch Lai aus der Distanz Ja Das ist Leipzig hat halt auch Jungs Die aus der Distanz schießen können Und wir haben Torwart Der eigentlich nicht mal Regionalliga in die Worte Richtig Ja wir wollen ihn nicht schlechter machen Regionalliga Dafür reicht es Schobosch Lai auch in die Mauer Das ist sehr gut Dass die heute scheinbar auch Keinen guten Tag Offensiv erwischt haben Und ich glaube jetzt in den nächsten 2-3 Minuten Wird es Zeit für den Wechsel Für Sor und Ibrahimovic Neue Kräfte vorne rein Weil Tjörg Ernst Macht das defensiv richtig gut Gute Balleroberung von Dardai Aber jetzt nicht Ja ich glaube Zlatan Das reicht nicht mehr vorne Lukas kommt rein Genauso kommt Potenz Für Sor Nein den Rest können wir Erstmal lassen Gutinia Aus der Drehung Da wäre ich auch Als Marco Rose Nicht zufrieden Naja Ein guter Zlatan Verlässt das Feld Und ein Sond Der gar nicht In Erscheinung getreten ist Ich weiß gar nicht Ob er den Ball überhaupt mal hatte Jetzt mal Björkhan Der hat auch Einen gewissen Offensivtrank Versucht es da alleine Ball bleibt dann aber Trotzdem bei uns Tussar für Luke Bakio Also das Er hätte eine kleine Vorentscheidung sein können Wenn man hier das 2-0 macht Und scheinbar machen wir auch Ein bisschen Druck gerade Jota Potenz weiß nicht ganz genau Wo er rumlaufen soll Vielleicht mal zum Linksverteidiger Würde zumindest Zu deiner Position passen Mein lieber Oh klasse Pass für Cechco Und den macht er Den macht er Traumhaft gespielt Von Leipzig Wo hat es da gefehlt Daday war nicht End genug Schade Er hat es aber Erstmal noch so laufen Ich weiß gar nicht Ob Leipzig schon Groß gewechselt hat Und wieder auf Cechco Diesmal landet er aber Wieder in den Arm Von Tjag Ernst Und jetzt stellen sie das System Nochmal um Vitinja Nochmal ein Tick offensiver Wie es aussieht Gut von Uremovic Raus Leipziger Mannschaft So Raus mit dem langen Ball Oh klasse Viel Platz für Raum Nur nicht flanken lassen Cechco Und ich glaube es wird Zeit Raus Raus Hatten uns da jetzt eigentlich mal ganz gut rausgespielt Also wir haben auf der linken Seite Tatsächlich Wenn Björkann mit vorgeht Haben wir da immer gut Überzahl Das ist gar nicht mal so schlecht Kraus Jetzt der lange Ball Für Jota Abgeblockt Und wieder einer für Ernst Jetzt die Frage Wo könnte man Einen letzten Griff machen Wo kann man vielleicht Noch mal ein bisschen was rausholen Aber ich glaube Die Möglichkeiten haben wir da jetzt gar nicht mehr Wir bringen nochmal Plattenhard Für Björkann Weil der eben sehr erschöpft ist Und weil wir vielleicht dann nochmal Eine gefährliche Flanke bekommen Auch wenn die Lukas Vielleicht nicht ganz so gut verarbeitet Wie ein Zlatan Vielleicht haut sie trotzdem hin Aber erstmal Kriegt Leipzig Eine gefährliche Flanke Aber das zappt für mich nach Abseits aus Ich glaube schon Ja Richtig so Bewegt sich im Abseits Das ist in Ordnung Ja Leipzig jetzt schon Sehr 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 überlegen Klar wir Zittern da uns schon ein bisschen Ja eigentlich Eigentlich seit unserer 1-0-4 Zittern wir hier rum Es gibt nochmal Ein langer falsches Olmo Landet bei Ernst Der macht es schnell Aber da vorne ist niemand Wo wollte den denn hinhaben Junge Dann nehmt auch ein bisschen Zeit Von der Uhr wenigstens Naja Uremo wird sich auch lange überlegt Mit der gelben Karte Sehr sehr gut Oh Ben Stardar ist Schlimmer Fehlpass Jota Zesko Und Gechter Befaul Und wieder die dumme Entscheidung Kurz vor Schluss Wie oft haben wir schon mal Elfmeter kurz vor Schluss Oder sonst irgendwas Eieiei Immer das gleiche Mit den Jungs Linus Gechter Junge Naja Vielleicht hat ihn ja Ernst Ne Dobroschnei guckt ihn aus Wir verlieren Wieder sehr sehr bitter Gegen Leipzig Wieder haben wir Ein ganz gutes Spiel Abgeliefert Nächstes Mal Ein Tick defensiver Und wieder können wir uns Nicht belohnen Weil wir nicht 100% Bis in die 90. Minute Konzentriert bleiben Beziehungsweise Bis in die 94. In dem Fall So Mecker nochmal Komm Martin Dardai Raus auf Benz Dardai Schlechte Ballalarme Erster Fehlpass vom Gegentor Jetzt nochmal die letzte Chance Quasi so weggeworfen Schade Aber Oh Mecker abseits Oder Ne Komm nochmal vor Ne Reicht nicht Schade Reicht nicht Vielleicht hätte mir Ibro auch nicht rausholen sollen Vielleicht hätte der durchspielen müssen Na so Luke Bakio Auf außen ein bisschen wenig Toussaint Björkern ganz gut Klar Gechter dann doof mit dem Elfmeter Auch wenn er schon davor nicht sein bestes Spiel gemacht hat Da war er eigentlich gut Mecker auch Mecker ist wieder in Wettbewerbsform Sagen wir mal so Aber trotzdem würde ich sagen Auch wenn es nicht sollen sein Der Einsatz war okay Gut war er jetzt nicht Man hat ein bisschen schon zu viel zugelassen Bisschen mehr zugelassen Als ich erhofft hatte Wenn man das jetzt hier mal sieht Mit 23 zu 10 Schüssen Geht absolut in Ordnung Von den Statistiken her Aber vom Spielverlauf her War vielleicht ein bisschen mehr drin wieder Was sollte da draußen passiert Und da muss man einfach akzeptieren Dass es nicht ausreicht Die bessere Mannschaft zu sein Das waren wir sicherlich Ähm Ja ich weiß nicht Ich muss mir das Spiel nochmal Mit einem klaren Blick ansehen Haben sie Sorgen Dass ihre Spieler Auf die Was wie ihre Spieler reagieren könnten Ähm Die können viel Positives mitnehmen Ja Wir waren nah dran Gegen Tabellenführer Und das ist das Wichtigste Bis gleich Freunde Achso ne Wir haben noch eine Frage Sorry War eins zu früh Glauben sie Dass das Ende gibt Durch das späte Tor Zwar unter dem Strich Schon Gerecht Ja Gut Jetzt bis gleich Freunde Und hier sehen wir uns Zum Rückblick auf die Aufs Fußballwochenende Quasi Die Leverkusen Da verlieren 1-0 gegen Köln Das könnte ein ganz gutes Omen Für uns sein Verlieren wichtige Punkte Im Meisterschaftsrennen Die Frankfurter gewinnen 2-1 dafür gegen Gladbach Gladbach die sich jetzt echt Aufraffen müssen Coyado sieht man da zwar Immer mal wieder In den Spielberichten Dass er da ordentliche Spiele macht Aber es scheint nicht zu reichen Wir ganz spät Und ganz traurig verloren Gegen Leipzig Muss man abhaken Muss man weitermachen Und daraus lernen Dass man vielleicht nächstes Mal Nicht noch einen Elfmeter In der Nachspielzeit verschuldet Linus Die Freiburger gewinnen 3-0 gegen Hoffenheim Okay Hat man jetzt so vielleicht Nicht erwartet Uh Wir sind gar nicht Wir sind mal wieder Ein bisschen näher Am Abstieg ran Wobei die haben ja alle Nicht gepunktet Sind ja weiterhin 6 Punkte Wolfsburg gewinnt 1-0 gegen Union Bayern gewinnt 1-0 gegen Mainz Und wir haben Augsburg noch mit einem 3-2 Sieg Gegen die Bremer Und Dortmund mit einem Ungefährdeten 4-0 gegen Hannover Weil Tresoldi Der beste Mann von Hannover Sich selbst ausschaltet Und dann hat Dortmund Natürlich leichtes Spiel Sehr schön Und Ansgar Knauf ist dort Scheinbar auch angekommen Das freut mich natürlich Hätte ihn zwar lieber in Frankfurt Weiterhin gesehen Aber Okay Okay Kann man mitarbeiten Mit den Ergebnissen Es ist erstmal nichts Schlimmes passiert Ja Und jetzt geht es für uns dann Am Mittwoch Weiter in Leverkusen Und vor allem Im Schnee Lautwetterbericht Mal gucken ob das so bleibt Aber sehen wir Ein schönes Schneespiel Freunde Haut rein Bis morgen